Ich will 500 Kilometer wandern. In sieben Tagen will ich die Strecke schaffen. Nach zwei Tagen bluten mir die Füße. Ich schlafe schlecht. Alles tut mir weh. Aber ich muss weiter. Es geht um eine Wette. Um Spenden für einen guten Zweck. Wie humpeln Sie denn daher? fragt mich eine Frau. Ich erkläre ihr meine Lage. Sie holt mich ins Haus, kramt spezielle Pflaster und Salben hervor. Sie sind ja schwer angeschlagen, sagt ein Mann zwei Orte weiter. Er bietet mir Zwetschgen-Datschi an und Schnaps. Am fünften Tag kann ich nicht mehr laufen. In einem Krankenhaus verbindet mir ein Chirurg die Füße. Er schenkt mir seine riesigen OP-Glocks. Mit ihnen kann ich zwar nicht laufen, aber er leiht mir sein Fahrrad aus. So komme ich zum Ziel. Spenden für den guten Zweck fließen reichlich. Aber was mich am meisten beeindruckt, es gibt viele, viele Menschen, die gerne helfen. Oder, wie ich es mal irgendwo gelesen habe, die Menschen sind besser als ihr Ruf. Eine gute Zeit Ihnen. Ihr Felix Leibrock